Oh, Kostlein, sehr schön Kostleiner! Der verkehrte Kostlein bestimmt nicht Nächstes Mal waren wieder zwei Schiffe im Hintergrund Ultak ist wahrscheinlich Ultak sind zwei und 80 ist eins Ja, Ben, der Blitzt auf jeden Fall, der ekelhaft ist sowieso an Ich kann mir die Jingen in letzter Zeit ganz gut klar So, nein, die will ich ja gar nicht, die will ich ja gar nicht Mit der komm ich gut klar, die Ben ich erstmal Ja, du musst dich ja herausfordern Ich würde ja eine Herausforderung haben Ja, nachdem das Spiel eben schon so easy war Weißt du? Ja, naja Easy würde ich es nicht unbedingt nennen, aber es war schon Wir waren schon Ihr wart ganz gut, ja Also für Konsulatverhältnisse war das easy Wunderweise ist das viel schlimmer Der ist jetzt nicht so schlimm Aber der voll war der, ich spiele den ganz gerne Oh, heute auch nicht Heute hat's auch nicht mit dem Oh, läuft sich mit keinem irgendwie Ja, war klar Kavera, ey Nehmen wir wieder Echo, ne? Der hält einem so sehr vom Planenden ab Es sind tatsächlich sogar, also Echo und Blitz gehören mit zu den meistgebanntesten Operatern Echo ist aber auch so schlimm, weil er halt zwei Drohnen hat Als er nur eine hatte, war das nicht so schlimm Aber wenn man die einmal hat, war halt Ruhe, ne? Ja Wobei der von der Waffe ja auch schon ziemlich krank war Ich weiß nicht, ob die immer noch so schlimm ist, aber Die ist, ich finde immer noch ziemlich stark die Waffe von ihm Ja, aber seit er noch zwei Drohnen hat, ist der echt okay, ne? Wenn man dann jemanden hat, der ihn spielen kann, ne? Aber Dann hast du halt echt auch verloren Okay Okay Lass mal ein bisschen verteidigen Ich würde sagen, wir fangen mit Billard an, oder? Billard? Ja Dann haben wir ja Die Hooker Lounge Das sind die Prostituierten immer Alles klar Das würde deinem Fachwissen hier kommen Nein Schutz die Bomben Nein Gar keinem die Wände zu machen, hat doch Müll gemacht. Ja, haben wir. Ich würd schon sagen. Zwei drinnen hab ich. Schön. Ich trau mich nicht hier wegzuschließen, weil alle kurz Quellen rennen. Oh. Nummer drei. Nein. Jetzt. Äh. Hat ich die jetzt gehabt oder nicht? Ich bin nicht mehr so sicher. Egal. Nee, einfach, wenn man die mitzählt, dann weiß man immer so ein bisschen, ob noch eine kommen kann oder nicht und so, weißt du? Ja, das stimmt. Hast recht. Machst du das? Gunnar? Ja. Gunnar hat keinen fahren lassen, ne. Luca im Badezimmer haben sie aufgemacht. Ach. Glaub ich noch keiner runtergesprungen. Gut. Einer ist schon drin. Nöck. Hab sie. Ja. Ich hab aber irgendwas gehört, aber ich dachte, das ist weiter weg. Da ist einer. Genau. Den hab ich. Ah, das hat noch einer. Ja. Sehr schön. Super voll war. Zwei Gegner noch. Ruhig bleiben. Einer ist ziemlich weit draußen. Groeden, ha? Ja, genau. Boah, Alter. Der rennt direkt raus, ey. Hier draußen am Balkon ist einer. Und ein Sunrise-Bar ist einer. Okay. Hier, Treppe, Treppe, den hab ich. War das Sunrise-Bar? Ja. Ja. Jetzt ist noch einer auf dem Grund. Sehr schön. Da kam die Treppe hoch, hab ich schon abgefangen. Dein Gott. Okay. Also Sunrise gesagt, das war mir klar, der kommt bestimmt die Treppe hoch, ja. Wollen sie sich irgendwie die Zange nehmen da oder so. Ja. Bereite ich mal wieder die Gaskammer vor im Badezimmer? Jawohl. Du kannst selber Löcher an der Wand machen, ne? Ja, halt große nur, ne? Eigentlich reicht ja, wenn man unten ein bisschen sehen kann, muss man heute rumrennen. Wir müssen sich nämlich hinlegen, um rauszugucken, das ist für sie halt doppelt beschissen. Ich finde, das ist übrigens besonders ironisch, dass du so ausgerechnet die Gaskammer machst. Ja, wollte ich gerne auch schon sagen, ne? Schon fies irgendwie, wenn wir die Duschen wollen. Ich hab das Map-Design nicht gemacht, ne? Du hast doch damals die Dusche nicht in Gaskammern umgebaut, also... Ja. Wenn die hier ne Dusche genau unter ne Luke bauen, dann... Muss man sich nicht wundern. Zwei Drohne hab ich. Hast du noch beide, Gunnar? Wende? Äh, eine hab ich noch. Komm, eine hochgezogen. Ja, dann ist gut. Dann mach. Ja, ja. Achso, hier, ja. Die beiden. Ja, ja, genau, das meinte ich dann. Hm. Ich hab eine Drohne diesmal nur. Wieso ist es hier? Gunnar, ich hab den Loch unten reingemacht, ne? Ja. Ja. Lesionfalle liegt auch drin, eine liegt bei dir im Gang noch. Ja. Ja. Ich hab die Luke haben sie aufgemacht. Nee. Wo ist der wie verrückt? Ich hab aber keine Holzdinger runterfallen sehen, da hab ich... die Kamera aktiviert. Ich hab auch ein bisschen spitze. Die Wandack, verdammt. Die Wandack kommt direkt hoch. Hier seilt einer am Fenster bei uns. Die ist sowieso kackeleide, ey. Ist einer drinnen, Gunnar, zünden. Sehr gut. Hehehe. Sehr geil. Da ist wie ich erstmal eine Falle gelatscht hab, es ist gekriegt. Cool. Das Fenster schlagen sie auf? Ja. Ich glaub jetzt einer auf dem Flur, deswegen kann ich leider nicht hinlaufen und eine neue hinlegen. Aha. Hanuk ist tot. Ja, Glass ist hier am Fenster, alles gut. Oh. Einfach nicht ins Blickfeld gehen. Ja. Hier hinten, der Billard-Designer. Wieder ein Gas hingelegt, das kann man allerdings von oben vielleicht ziehen und wegholen. Wenn ich's droppen höre, sag ich zum Schaden. Fuck, Billard, ey. Wieso hört der mich? Kapitao. Gib ihm wieder ein Herr, sonst wäre er gelegen, ey. Ja, Klairsink, das Fenster. Seilt sich ab. Wo uns tötet der denn noch, ey? Leg mal überall genau seine Leichen hin. Kapitao muss in eine Leichen nur noch rein, dann ist er weg. Der war wie gesagt ein Billard. Da liegt noch eine, da hinten auch. Und da um den Gang auch. Ich hab überall Leichen voll liegen. Ich hab überall Leichen voll liegen. Da. 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 so kranzend draußen auf dem Flur. Da schnapp ihn liegst. Und jetzt da rein. Wahrscheinlich in den Raum. Komm. Komm. Habe ich. Sehr schön. Das war. Was auch hinter dir. Genau. Dann kommt der von da. Sehr schön. Da war schon wieder so gierig. Der war doch bis eine Falle ausgelöst wird. Bevor du rumrennst und schießt. Da läuft er doch so weit rum, dass er weggeholt werden kann. Bevor die andere in die Falle läuft. Killgeile Sau. Ist ja unfassbar. Der Mark war im Leben und es war nur eine Sekunde. Da hätte nichts mehr passieren können. Küche? Oder lieber Blue Bar und Sunrise Bar? Ich find Küche einfacher. Hör mal. Oder? Weiß nicht. Ja, die Küche ist weniger schlimm. Aber der Serviceeingang ist halt. Der ist doof. Also find ich Küche auch einfacher. Blue und Sunrise ist aber besser. Weil die durch die Fenster rein müssen. Es ist nicht ganz so einfach. So einfach einen Schritt rein zu machen. Und so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Muss mehr ein Operator werden. Wieder fast vor lauter Raumscheiße. Wieder vergessen, ey. Die Reihenfolge. Das regt mich jedes Mal neu auf. Gott dummes Design. Dass man es nicht umstellen kann, ist noch dümmer, ey. Ja, mach ich hier den Eingang zur Gaskammer, ne? Falls... Ja. Gute Idee. Wenn die reinkommen, kann ich wissen, bisschen... Die Wand zum Watt fahre ich auf. Reine, komm. Wohne hab ich. Ich baue einen. So. Ja. Guna? Welchen Eingang hast du denn jetzt zur Gaskammer gemacht? Den Seiteneingang, den kleinen da. Der hier bei mir drüben ist? Service Entrance. Ja. Ja. Also nicht Klo, sondern der nach draußen halt. Ja, ja. Schon klar. Aber am Klo, der. Ja. Ich hab hier übrigens gerade nur eine Drohne gehört. Da... Misse. Okay. Die machen hier auf. Die machen hier auf. Genau. Ich muss gerade Nuck töten. Tut mir leid. Abgelenkt. Alles gut. Securing the door. Äh? Wo? Oh, durchs Drohnenloch nie erschossen worden. Von draußen. Und durchs Klo. Okay. Mh, der ist da, genau. Der kann auch unten durchschießen, nicht töten danach. Einlass im Serviceeingang. Ist ne Gummine gelatscht. Bitte was? Durchs Fenster ist da nicht die Säule. Inzwischen. Scheiße. Draußen am Küchenfenster. Hier ist irgendwo noch einer. Der ist jetzt hinter... Rechts vom Schreibtisch ist er jetzt. Vollbar, wenn du durchs Klo gehst, kannst du durch die Wand schießen. Da ist Zuge. Ja, mach's halt auf. Ist egal. Ja, ist gesagt. Ich hab Bug. Sehr gut. Ah. Klingt nach Klo. Da ist noch einer, ja. Rechts. Ah, der ist ja jetzt gewesen. Links war auch einer. So und zwei. Ah, Scheiße. Ja, der ist auch schwer zu verteidigen, der Ron. Also wenn sie den einmal haben, dann... Ja. Ja, das... Ja, das... Deswegen, ich glaub tatsächlich, Sunrise und Blue ist tatsächlich besser, weil den kriegst du echt nicht richtig gehalten. Das ist... Den kriegst du nur gehalten, wenn du Leute hast, die halt durch die Fenster dann nach oben rausspringen und die Leute wegholen und so. Ansonsten ist es von innen zu verteidigen, ist ja echt. Ja. Aber man muss den anderen doch auch mal ne Chance lassen. Ja. Genau. Da sind nur noch vier. Ich finde es mir erstaunlich, dass einige Leute vom Gegnerteam, oder ich hab's aufgesehen vom Verliererteam, sag ich jetzt einfach mal, immer liefen. Ja. Und ich glaub, die disconnecten sich einfach selber und hoffen dann, dass sie nicht mehr, dass sie die Strafe nicht kriegen, weißt du? Du brauchst ja nur auf dem Reset-Button am Router drücken oder so, dann fliehst du aus dem Spiel. Ja, aber du hast... Es wird doch trotzdem als verloren gewertet und du musst genauso lange warten, bis es vorbei ist. Nur, dass du nicht weißt, wann es vorbei ist. Weil wenn du wieder reinkommst, rejoinst du ja. Insofern ist das einfach bumm. Ja, aber du gewinnst nichts. Also die sind auf jeden Fall oben. Da müssen wir wieder gehen. Sandra's und Blue sind frei, auch Bilder ist frei, dann ist klar wo... Ja, aber ich frag mich warum, weil du gewinnst dadurch nichts. Das ist einfach nur dumm. Ja. Naja gut, aber das ist ja jetzt keine Aussage, ne? Das kommt ja schon von länger, also. Ja. Das ist dumm ist, das heißt, ich muss das überraschen. Es sei denn, das wäre doch irgendwie ein Bug im Spiel, dass du dann die Negativbewertung im Ranking nicht kriegst, wenn du nicht im dritten Spiel bist, wenn es verloren ist. Das kann man sagen. Das wäre aber das einzige. Das ist ja krank. Die war ja auch noch nie. Vorsicht, da eins. Ach, die haben ja gar nichts zum Muten. Okay, Rundcouch-Raum ist erstmal frei. Mhm. Die haben auch eine Gaskammer gemacht, glaub ich. Ja gut, fass auf, machen wir mal vor allem das. Ja, eine Gaskammer können sie nicht machen, haben sie nicht. Ich bin 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 nicht. Wo ist einer? Ja, um Flur draußen. Ich hab den Flur. Okay. Ich plante? Ja. Ja, ich hab's ja. Wow. Gerne geschehen. Sehr schön. Sau gut. Das war eine Munition an der Kurla. Das war super. Immer mit der Ruhe. Absicherung ist immer da. Weißt du doch. Nun geht's gleich. Wo bist du denn? Ja, nicht da. Das hat jetzt nicht gut funktioniert. Einfach da rein spazieren und planten. Das ist richtig aufgescheuchte Hühne. Das Loch war auch genau an der richtigen Stelle. Aber das war genau der Winkel, wenn sie ums Bett rumlaufen. Also die Wand passt. Weil wenn die weiter links oder rechts gewesen wäre, wäre es schwieriger gewesen für mich. Das ist nämlich, wenn du... Also weiter rechts wird vielleicht noch hergehen, aber weiter links wäre blöd gewesen. Wenn du oben reingehst, in den Grundcouchraum, gehst du rechts rum und dann ist noch eine Trennwand. Und von der Trennwand geradeaus zur Schlafzimmerwand. Da hab ich hingeschossen. Ja, okay. Das kann man sich also gut merken. Richtig. Ich hätte diesen roten Flur da im Blick. Da hab ich Lee schon weggeholt. Ja, sehr geil. Das ist wunderbar. Der hat mir noch ein bisschen Sorgen gemacht. Da wollte ich nicht vorher reingehen. Blue nicht. Küche sind sie nicht. Die sind nochmal da. Ja. Ja, natürlich. Drone has located a bomb. Vielleicht klappt das ja nochmal. Exakt genauso, genau. Mal gucken. The drone has found a bomb. Da. Okay. Von treffen sie schon mal nicht. In 5 Sekunden. 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 So. You've located a bomb. Make your way to its location. So. Ja, komm ich gleich mit dir mit. Was ist denn hier los? Hm? Ist schon weg? Ist schon weg? Ist schon weg? Das hier drehe ich nichts. Okay. Tür? Fische? 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 Denken wir es auf? Der hat der Dings aufgemacht hier. Der, der Lion. Okay. Der ist da reingegangen. Ah. Weiß der Geier wieso. Oh Gott, hier ist Puls. Ich schieß die Silber auf. Die Tür ist auch auf. Vorsicht. Ja, ich hab die aufgemacht. Oh Gott. Oh Gott. Ach so gut. Hier hinten. Ein bisschen. Hier raus gerammt. Das ist natürlich nicht so. Ach so, du bist da oben drauf. Ja. Ich brech mir wieder das Bein hier. Sehr gut. War nicht gut. See you on the other side. Going live. Time to make a new door. Ah, eine Dusche ist einer. Ja. Ich muss euch Krabbel hin. Ich muss einfach rausspringen. Dann bin ich tot. Ist tot. War wieder liegen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob man auf den Gang gehört. Gang bin ich. Ah, dann ist ja gut. Dann komm ich wieder rein. Äh? Wo? Der ist im Raum. Ah, da ist schon drinnen im Rundraum. Fuck, wo denn da? Wow, von hinten. Billiard. Der hat sich schon von Billiard weggeholt. Pull zwar im Billiard. Ja. Der ist links und rechts gehörte. Der. Der ist wahrscheinlich durch das Loch gekommen, was ich gemacht habe. Der ist wahrscheinlich selber durchgegangen. Ja, ja, ist er. Du hast das Loch schon gemacht, bevor der Raumverhalte war? War noch keiner drin? Der Raum war fällig. Wir waren drin im Couchraum. Wieso kann er dann durch das Loch kommen und euch beide wegholen? Ich bin nochmal kurz rausgegangen, weil ich von Legion beschossen wurde. Als Legion dann tot war, bin ich wieder rein. Dabei hat er mich dann gekriegt. Und ich habe mich hinter die Couch gelegt, da habe ich den nicht sofort gesehen. Ja. Dass ich nur diesen Gang im Blick habe. Ja. Und nicht von der Seite und so nochmal weggeholt werden kann. Naja, gut. Was soll's. We need to locate a bomb. Wir haben noch einen Versuch, das jetzt vom ersten Rutsch zu beenden. Ja. Ich denke, weil jetzt sind sie Billiard. Küche sind sie auch nicht. Ja, so oben auf jeden Fall, ja. Wir haben jetzt einigermaßen von Billiard. Ja. Der Clash. Willst du mich verkackeiern? Oh Gott. Haben wir Thatcher dabei? Oh ja. Ja. Du musst dir ein nerviges Schild schonmal wegmachen. Hier ist schon echt ein Problem. Wie lange ist das dann aus? 5 Sekunden. Eine Weile, einige Sekunden. Etliche Sekunden. Und es ist dann leer. Es geht dann langsam wieder hoch. Das heißt, ich kann nicht sofort lange oder so oder oft. Okay. Ja. Hat einer eine Clamer? Ja, ich mach sie hoch ins Center. Aber trotzdem. Wir müssen ja nur da rausschießen, ne? Das ist auch manchmal. Hier ist Clash übrigens. Diegel, ich renne mal kurz heute durch. Ah, hier ist die Clash, Alter, so schuld. Ich drohe einen Eimer eben. Ja, Legion ist tot. Clash ist an der Ecke. Clash ist im Flur jenken, ja. Ja, ja. Das ist die Frage, ich könnte es z-chan, aber... Ja, du kannst z-chan, kannst du zumindest schon mal nicht mal ran kommen, ne? Was sind die denn alle, ey? Elektro-Einsatzschild ist deaktiviert. Vorsicht, deckst du denn die Tür, Marc? Ich deck die Tür. Ich werfe nochmal so ein Ding an hier hin. Ja. Ich hab ne Gummine zerstört. Ah, ein Schocker. Und noch Clash. Alles gut, alles gut. Ruhig bleiben. Lassen wir den Typen alleine machen. Boah. Gut gemacht. Das hat, das hat gut funktioniert, die mit Thatcher ausloten, dann muss die halt was weg erstmal. Ja. Oder kann nur gucken. Wunderbar. Ja. Easy, easy. Da haben wir aber den Deathcrush gecarried. Ja. Ja. Na ja, gut, er hat auch ein bisschen was geleistet, so ist es ja nicht. Ja. Auf jeden Fall deutlich vernünftiger als manche andere, die wir schon dabei hatten. Richtig. Muss eigentlich mal hier Keep Playing machen, vielleicht kommt er mit. Ja. Auch mit dem haben wir noch eher eine Chance als mit den meisten anderen. Aber der ist glaube ich schon weg, oder? Ne. Ne, ist noch da. Hat aber noch nicht ja gesagt.